Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung der zweiten Staffel von Extraordinary, die am 6. März exklusiv bei Disney Plus erscheint. Eine Serie, grob gesagt, wo geht es da? Um Superkräfte und meine Superkraft ist, ich will ehrlich sagen, ich habe sehr viele Superkräfte, aber meine Lieblings-Superkraft ist, den Manuel vorzustellen. Ganz einfach und effizient mit den Worten Hallo Manuel! Ja, guten Tag! Es freut mich, in dieser außergewöhnlichen Besprechung dabei zu sein. Außergewöhnlich, passt auch perfekt. Ja, Extraordinary, Manuel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin oder war Fan der ersten Staffel. Wie sieht es bei dir aus? Auf jeden Fall. War so eine Staffel oder Serie, die so, ja man hat irgendwie gehört, okay, es gibt eine neue Superhelden-Serie und dann ist man irgendwie erstmal, ja, nicht so gehypt im Moment, würde ich sagen. Bis man dann gemerkt hat, dass es doch irgendwie ziemlich anders ist als so die typischen Superhelden-Serien. Also eigentlich geht es dir ja so wirklich gar nicht um Superhelden, sondern wir sind ja hier in einem Universum, wo es einfach ganz normal ist, mit 18 eine Superkraft zu entwickeln. Und das heißt, jeder hat eigentlich eine, außer halt unsere Hauptprotagonistin. Und wie dann einfach damit die ganze Zeit so gespielt wird und wie so Superhelden-Kräfte einfach auch kreativ gezeigt werden, was es alles irgendwie so geben könnte, weil man muss sich ja jetzt irgendwie für jede Person im Universum was ausdenken. Und deswegen dabei dann auch so ein bisschen dieses Britische und Coming-of-Age hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das damals zu schauen, muss ich sagen. Ja, ging mir wirklich auch so. Ich habe die Serie angefangen, das weiß ich noch, an irgendeinem Freitagabend und ich hatte auch keinen Bock drauf, weil, ja, Superkräfte. Wenn es eine Sache gibt, von der ich genug eigentlich habe im Film- und Serienbereich, sind es irgendwelche Superkräfte und wollte sie eigentlich gar nicht sehen, aber ich dachte, komm, schau einfach einmal rein. Weil, das sollte man dazu sagen, Staffel 1 wie auch Staffel 2 bestehen jeweils aus 8 Folgen, die auch jeweils nur so 25 Minuten lang sind. Das heißt, das kann man gut weggucken. Und ich war wirklich bei der ersten Staffel von Anfang an komplett begeistert und habe auch die erste Staffel jetzt schon dreimal gesehen und bei meiner Erstsichtung wirklich innerhalb dieser einen Nacht einmal komplett durch. Okay. Und war wirklich baff, wie toll mir das gefallen hat und wie gut mir das gefallen hat. Denn du hast es schon angesprochen, was die Serie wirklich anders macht, ist zum einen ihre Herkunft. Das ist eine irisch-spiritische Serie und ich finde, das merkt man auch, dass sie halt eben nicht dieses New York City oder Los Angeles oder Metropolis oder Gotham City hat, sondern sie hat sowas, ich würde es nicht als urig bezeichnen, aber diese Welt, in der das Spiel, obwohl sie sehr übertrieben und sehr amüsant ist, ich kaufe das eben ab irgendwie. Es wirkt sehr, in der Welt oder in den Regeln dieser Serie wirkt das alles unglaublich authentisch und lebensnah. Ja, und das hat jetzt auch so nicht das Gefühl von, wir sind jetzt in so einer riesigen Metropole, wo jetzt irgendwie die bekannten, weiß ich nicht, Hochhäuser und was weiß ich irgendwie da jetzt die ganze Zeit stattfinden, sondern eine ganz geerdete, kann schon eine Großstadt sein, aber wo man auch so ein bisschen einfach immer diese Einblicke in das tägliche Leben bekommt. Und so in irgendwelchen, keine Ahnung, zwei, dreisekündigen Shots teilweise auch einfach nur, wo dann nebenbei auf irgendein Schaufest dann gezeigt wird oder so oder auf irgendein Haus und da hat dann jetzt jemand gerade eine Superkraft, in dem er, weiß ich nicht, als Regenbogen, im Strahl im Regenbogen kotzt oder sowas. Und dann denkst du, okay, das ist einfach irgendwie mega kreativ und witzig, so beiläufig fast schon eingefügt, aber es macht halt irgendwie alles so Sinn einfach. Jeder hat irgendwie so seine kleine Superkraft, die eine vielleicht cooler als die andere und gleichzeitig aber gut eingebettet einfach in dieses Setting, ja. Ja, definitiv. Also vor allem, weil sie sich auch nicht davor zurückschrecken, auch wirklich mal zu übertreiben, du hast schon gesagt, diese eine Superkraft, da ist eine Figur, die hat eben Regenbogen kotzt. Es gibt im Laufe der ersten Staffel gibt es auch jemanden, dessen Superkraft ist, dass sein Hintern ein 3D-Drucker ist. Ich wusste, dass genau das kommt. Kannst dir wünschen, was du willst, Hauptsache es hat keine Ecken und Kanten. Ja, einer, der dann irgendwie durch Wände gehen kann oder durch Gegenstände einfach gehen kann, der auch in der zweiten Staffel dann nochmal kommt und einfach stecken bleibt oder so, sind einfach irgendwie, ja, einfach witzig und nett zu schauen, ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe die erste Staffel jetzt schon dreimal gesehen und ich habe keine der Sichtungen bereut. Was ich sagen muss, wenn es eine Sache gibt, die mir in der ersten Staffel nicht gefallen hat, aber auch wirklich erst so in der Zweitsichtung, es gibt ja diese Figur der Carrie und die hat ja diesen Freund, den Cash, der die Zeit zurückdrehen kann und in der ersten Staffel ist der damit beschäftigt, so eine Art Superhelden-Liga aufzubauen. Und ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil das so dann doch mir zugänglich, Superhelden-Klischee ist, hat mir das nicht so gefallen. Das ist jetzt keine furchtbare Storyline, aber das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich sage, da verliert mich Staffel 1, aber es ist auch nur ein kleiner Subplot. Wie war es bei dir? Hast du irgendwas, was mir der Staffel 1 sich gefallen hat? Ich habe ja gerade schon gesagt, so an die Details konnte ich mich jetzt gar nicht erinnern, weil ich die Staffel jetzt nicht schon dreimal gesehen habe, aber wo du es sagst, das war auch so der Plot, wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt so ein, vielleicht eher ein generischer Superhelden-Plot, den man jetzt irgendwie schon aus anderen Filmen und Serien kennt. Und fand ich okay, hat mich jetzt nicht unbedingt vor den Kopf gestoßen, aber war jetzt auch nicht super kreativ oder so. Da fand ich jetzt seinen Neueren tatsächlich ein bisschen interessanter. Was man auch noch dazu sagen kann, also wir werden Staffel 1 hier auch munter jetzt spoilern bei der Besprechung und werden nichts Signifikantes zu Staffel 2 sagen. Wir sagen euch aber ganz klar, wenn ihr Interesse habt, schaut euch die erste Staffel an. Wenn ihr sie noch nicht kennt, gibt es exaktiv bei Disney Plus, acht Folgen ab 25 Minuten, es lohnt sich. Und ihr werdet sie auch brauchen, denn ich glaube, einfach so ein Keilstart in Staffel 2 wird schwierig, weil in Staffel 1 eben auch viele Sachen euch so erklärt werden. Wie zum Beispiel, was Manuel schon sagte, dass es so ist, dass man ungefähr, wenn man 18 wird, seine Superkraft erhält. Bei manchen geht es ein bisschen früher, bei manchen ein bisschen später. Und Hauptfigur Jen hat eben das Problem, sie ist jetzt Mitte 20 und hat immer noch keine Superkraft. Und Staffel 1 endet halt eben damit, dass sie Geld in die Hand nimmt, um in so einer, ich nenne es mal Institution, Institut zu gehen, die ihr dabei hilft, herauszufinden, welche Superkraft sie hat. Ja, Power-Klinik habe ich im Internet kurz genannt. Und auch das macht ja irgendwie komplett Sinn. Ja, klar. Und da merkt man dann auch, sie ist jetzt auch nicht so die Einzige, die keine Superkraft hat. Es ist halt schon eine von vielen auch tatsächlich, aber natürlich ist es schon ziemlich nervig, wenn alle um dich herum eine Superkraft haben. Und dann gibt es natürlich irgendein Unternehmen, was sich denkt, ah, da können wir in Form, ich sag jetzt mal, so klassischer Psychologe eben aushelfen. Ja, also das ist so auch die, würde ich sagen, die Hauptplotline der zweiten Staffel. Dann haben wir noch zwei Subplots, nämlich einmal, dass sich halt eben Cash und Carrie, die beste Freundin von Jen, getrennt haben und versuchen jetzt wieder irgendwie zusammenzukommen, beziehungsweise irgendwie versuchen, getrennt lebend zurechtzukommen. Und dann haben wir noch Gislord, das eine, ja, er heißt wirklich so, Gislord ist ein Gestaltenwandler, der sehr lange Zeit als Katze unterwegs war. Und dann bei Jen halt wieder zu sich gefunden hat, wortwörtlich, und mit Jen eben auch zusammengekommen ist. Und er war ja Jens Katze tatsächlich. Genau, er war Jens Katze. Und die erste Staffel endete ja damit, dass er erfährt, weil er auch nicht mehr weiß, wer er ist, erfährt, dass er eine Frau und einen Sohn hat. Und auch das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Staffel. Und das ist auch ein, ich würde sagen, Cliffhanger, der damals wirklich auch gut funktioniert hat. Also ich wollte danach unbedingt wissen, wie es weitergeht. Wusste man das am Ende der ersten Staffel schon? Ja, das war eine After-Credit-Scene. Oh, vielleicht habe ich die sogar verpasst. Weil wenn Extraordinary etwas mit Marvel gemeinsam hat, dann ist es, dass jede Folge so eine Mit-Credit-Scene zumindest hat. Das sind manchmal nur kleinere Gags, manchmal aber auch für die Handlung wichtige Erweiterung. Ja, nee, das hatte ich jetzt tatsächlich als Cliffhanger, muss ich sagen, nicht mehr auf dem Schirm. Aber ist auf jeden Fall, würde ich sagen, die größte, wenn man es überhaupt Nebenhandlung sagen kann, in der zweiten Staffel jetzt, weil sie ja auch schon jetzt einen sehr großen Einfluss dann auf Jen halt einfach selber hat, auf die Haut-Protagonistin. Ja, ich muss auch da großes Lob aussprechen an den Darsteller von Gist-Lord Luke Rolison. Zum einen hat der eine ganz grandiose, fieses, also Ausstrahlung. So ein bisschen wie der coole Marty Feldman. Der hat auch so Glubschaugen und so diese Haare. Und der wirkt auch immer so ein bisschen verloren und versucht auch immer das Beste zu machen. Aber ich finde, dass der es auch immer gut hinbekommt. Du merkst immer noch, dass der was Katzenhaftes hat. Finde ich ganz famos. Aber ja, auch seine Haare haben ja auch immer, tragen vielleicht immer mit dazu bei, wie seine Haare immer so abstehen und so. Und dieses, er bewegt sich ja dann auch so sehr, ja, katzenartig vielleicht sogar. Auf jeden Fall ist ja auch ein relativ dürrer Charakter so. Das passt schon irgendwie ganz gut, ja. Ja, also wenn er sich jetzt in Elefanten verwandeln würde, würde ich es nicht unbedingt abkaufen, glaube ich. Ja, ja. Und es gibt wirklich, sie machen sehr nette Gags daraus, dass er als Katze lange Zeit unterwegs war. Also das stimmt. Gerade wie er auf Hunde reagiert, ist immer ganz, ganz süß. Und das bringt mich zu einem Punkt, die Serie schafft es auch wirklich hervorragend, Komik mit Drama zu verbinden. Also es gibt halt in der ersten Staffel, wie gesagt, wir spoilern hier die erste Staffel, diese gleich in der ersten Folge, diese wunderbare Szene, wir hören halt eben, dass Jen öfters mal mit ihrem Vater telefoniert. Und am Ende der ersten Folge erfahren wir dann, dass ja ihr Vater aber schon lange tot ist und sie nur mit ihnen kommunizieren kann, wegen ihrer besten Freundin Carrie, die halt eben die Fähigkeit hat, dass durch sie die Toten sprechen können. Und das ist ein Reveal, der wirklich sehr traurig und aber auch sehr schön war. Und da bauen sie jetzt auch in der zweiten Staffel sehr gut drauf, weiter drauf auf, finde ich zumindest. Ja, auf jeden Fall. Das war tatsächlich in der Tat ein sehr trauriger Moment, dass man das so gemerkt hat. Und jetzt wird in der zweiten Staffel auf jeden Fall mehr bearbeitet, wie das ihr Leben, dass sie hat ja auch natürlich, oder was heißt natürlich, ihre Mutter lebt ja auch noch, zu der sie auch ein schwieriges Verhältnis hat, was dann da alles mit reinspielt. Und jetzt wird in der zweiten Staffel dann so ein bisschen bearbeitet, ja, wie kann man die Beziehung zu ihr vielleicht verbessern und wie kommt sie damit klar, dass ihr Vater eben verstorben ist, aber sie immer noch in Kontakt ist und genau, ja. Was ich ein bisschen schade fand, in der zweiten Staffel fehlt ja leider jegliche Spur von Jens kleiner Schwester oder Halbschwester. Die hatte ja auch so einen kleinen Arc in der ersten Staffel, dass sie pünktlich zum 18. Geburtstag diese Kraft bekommen hat, dass sie super stark ist, aber am Anfang war die Freude groß, doch dann relativ schnell, weil dann hat sie herausgestellt, dass diese Kraft wirklich ihr keinen großen Vorteil erbringt, denn sie ist halt eigentlich eine Violinistin, das heißt, sie kann nicht mehr ihr Instrument spielen, weil sie zu stark ist und sie ist eben auch homosexuell und kann eben auch keinen Geschlechtsverkehr anschein mit ihrer Freundin mehr haben, weil sie ihrer Freundin beim Akt halt eben das Becken zertrümmert hat. Das klingt natürlich lustig und ist es auch, aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist es dann auch sehr tragisch und das macht sie ja eben so gut. Sie schafft es immer, diese Komiker rauszukitzeln, offenbart dabei aber auch immer ganz gerne die tragischen Komponente und ich finde es wirklich schade, dass die Schwester in der zweiten Staffel nicht mehr dabei ist. Ja, das stimmt. Ich muss dir jetzt tatsächlich auch nochmal lachen, wo du es erzählt hast, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so witzig ist, aber da hätte man sicherlich noch was machen können. Ich weiß nicht, ob da vielleicht andere Gründe jetzt dazu geführt haben, dass sie nicht mehr dabei ist. Hattest du vielleicht das Gefühl, den ich hatte, ist, dass die zweite Staffel vielleicht das Problem hat, dass sie ein bisschen zu kurz ist. Ich meine, wir beschweren uns ja oft darüber, dass Film und Serien zu lang sind, aber ich hatte das Gefühl, statt acht Episoden hätte diese Staffel vielleicht auch zehn Episoden gut vertragen können, weil ich das Gefühl hatte, es wird vieles für meinen Geschmack vergessen, beziehungsweise nicht genügend behandelt. Ja, es wird, also es wird jetzt glaube ich schon inhaltmäßig im Vergleich zur ersten Staffel sehr viel mehr aufgemacht, hatte ich das Gefühl. Also gerade die Arts, die Storylines um Giz Lord, aber auch die Storylines um Cash, also um ihn alleine, wird relativ spät, finde ich, aufgemacht und dann halt gegen Ende so ein bisschen schnell durchgezogen. Und insgesamt habe ich das Gefühl, ist so alles so ein bisschen voluminöser in der Staffel. Auch wie Jen jetzt versucht, dann ihre eigenen Kräfte eben freizusetzen, da gebe ich dir recht. Ich hätte mir es auch alleine gerne länger angeguckt, allein aus dem Grunde schon. Aber da vielleicht auch noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten, wäre, glaube ich, sicherlich möglich gewesen, ja. Man kann auch, glaube ich, verraten, dass diese Staffel wieder auf einem richtig fiesen Cliffhanger endet. Wir werden darauf nicht so sehr eingehen, nur Manuel hat die Folge vor mir gesehen, hat mich schon vorgewarnt und ich dachte, ja gut, ich kann mir schon mal bedenken, was da passieren wird. Und dann kommt aber das und dann dachte ich mir so, holy fuck. Ja, ich fand ja tatsächlich, also der Cliffhanger ist wirklich sehr mies und er ist aber einer, ich finde den jetzt gar nicht so schlecht, ich fand ein bisschen plump, sag ich mal, wie es jetzt dazu gekommen ist. Ja. Das fand ich irgendwie ein bisschen, ja okay, das habe ich jetzt so besser erwartet, muss ich sagen, war man jetzt von der Serie an sich bisher nicht gewohnt. Aber okay, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie machen, weil das, was passiert, ich habe mich im Grunde seit der ersten Folge gefragt, ja, ist das nicht irgendwie eine logische Sache, die irgendwann passieren wird und ich bin jetzt eigentlich ziemlich neugierig, muss ich sagen. Ja, ja, wobei das, was da passiert, also ich gehe auch d'accord, ich habe mir auch gedacht, das muss sie irgendwann mal behandeln, was das, also wo genau das hingeht, ne, in Anführungszeichen. Ja. Aber allein die Idee ist auch toll, weil natürlich, klar, wenn du die Möglichkeit dazu hast, in dieser Welt so deinen Müll zu entsorgen, nenne ich es mal, warum nicht, ne, also auch das ist wieder so richtig schön, dass sie dich auch, du merkst auch, dass da immer, da steckt auch Gedanken hinter, es ist nicht einfach so, dass sie überlegt haben, was wäre cool und lustig, sondern die denken das auch ganz oft eben weiter, eben was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind die Mysterien, die daraus entstehen und das muss ich sagen, da machen sie in der zweiten Staffel wirklich sehr gut. Und was sie auch gut machen, ich hatte teilweise so leichte Charlie Kaufman-Vibes, nicht ganz so verkopft, aber das kann man ja verraten, Jen, das haben wir ja gesagt, geht ja in diese Power-Klinik und hat halt da so Sitzungen und wird dann wirklich von diesem, ich nenne es mal Arzt, mit seiner Fähigkeit in ihren eigenen Kopf, in ihren eigenen Gedanken gebracht, die halt so aufgebaut ist wie eine sehr, ja, chaotische Bücherei. Und das hat mich so ein bisschen auch an Charlie Kaufman erinnert, so ein bisschen an Eternal Sunshine of a Spotless Mind oder auch ein bisschen an die coolen Sequenzen, die wenigen coolen Sequenzen aus der Dreamcatcher-Verfilmung von Stephen King. Und da hat die Serie auch vollends bei mir gepunkten können. So ein bisschen Meta, Björn, John Malkovich vielleicht auch. Ja, genau. So verarbeiten kann, ihre Erfahrungen, ihre was auch immer sind ja in Erinnerungen und was auch immer sind in so Büchern aufgeschrieben, durch die sie dann selber so durchblättert und so und dann gibt es ein Zimmer, in das sie dann reingehen und das fand ich ganz nett gemacht, muss ich sagen. Ich hab mich halt auch gefragt, wie würde meine Bücherei wohl aussehen? Ja, ich fand ihre ziemlich voll, muss ich sagen, dafür, dass sie erst 25 ist, dachte ich so, okay, vielleicht wenn man mal so über alles nachdenkt, kommt doch einiges zusammen, ne? Ja, ich finde auch schön, dass da wieder auch klar gemacht wird, dass Jen eine charismatische Figur ist, auch eine sympathische Figur, aber auch die hat ihre Schwächen. Das wurde ja auch in der ersten Staffel schon mehr als einmal herausgestellt, zum Beispiel, dass sie stellenweise auch wirklich sehr egoistisch agiert. Was ja auch immer dann Carrie ein bisschen hinten rüberfallen lässt. Ich hatte das Gefühl, dass sie versucht haben in der zweiten Staffel Carrie auch ein bisschen losgelöst, eben von Jen agieren zu lassen. Und ich weiß, es klingt hart, aber mir gefällt diese selbstständige Carrie irgendwie, sie hat es verdient, aber ich fand halt in der ersten Staffel diese etwas schüchternere Carrie irgendwie interessanter, um es ganz hart zu sagen. Ich will nicht sagen, dass es ein Schwachpunkt ist, aber ich hatte ein bisschen Probleme, mich mit der, in Anführungszeichen, neuen Carrie zurechtzufinden. Wie war es da bei dir? Hast du ihre Exorcist-Folge nicht gemocht? Tatsächlich, das kann man sagen, die dritte Folge ist so ein bisschen, die steht so ein bisschen wie sich allein ist, so ein bisschen wie so eine Halloween-Spezial-Folge, die dann im März erscheint, wenn man so will. Ja, das fand ich tatsächlich merkwürdig, ja. Ja, ich auch. Also ich fand die nicht schlecht, aber ich hätte sie nicht gebraucht. Ja, ich auch nicht. Zum einen bin ich jetzt aber auch nicht so der Exorcist-Horror-Fan, whatever, aber ist natürlich jetzt hier deutlich seicht und so. Also fand ich eine nette Idee, aber es ist oft so, mit so Serien fand ich, wo dann ja ein Charakter jetzt nochmal eine spezielle Folge für sich bekommt, die auch komplett losgelöst ist. Also eigentlich tut sie dem ganzen Arc ja gar nichts zur Sache. Finde ich dann auch manchmal ein bisschen schwierig, muss ich sagen, ja. Ja, ansonsten ist Carrie ja auch so ein bisschen auf ihrem eigenen, ich nenne es jetzt mal Selbstfindungstrip, ne, nachdem sie sich ja von Cash getrennt hat und versucht so ein bisschen, okay, wer bin ich? Wie werde ich eine starke Frau? Wie kann ich mich irgendwie lernen durchzusetzen? Fand ich eigentlich gut, also dass sie da ihr den Raum gegeben haben, auch sich zu entwickeln, hatte ich jetzt nicht negativ aufgefasst. Und wie fandst du die Storyline rund um Gislord und seiner Frau und seinen Sohn? Da muss ich auch, also das klingt jetzt so negativ, aber dadurch, dass ich das so interessant und spannend fand, wie es mit Jen weitergeht mit dieser Kraftsuche, hat mich alles andere, was sich ganz da an so Rande erreicht, immer so ein bisschen, wenn ich abgelenkt, ein bisschen gestört. Also an und für sich sind das alles gute Storylines, aber ich dachte mir halt die ganze Zeit so, das ist schön und nett, aber ich würde jetzt gerne wieder gerne zu Jen zurückgehen und wissen, wie es da weitergeht. Ja, seine war schon sehr einnehmend, ne, also ich hatte öfter auch das Gefühl, Carrie zum Beispiel, dass sie überhaupt ihre Kraft benutzt, ist, glaube ich, erst relativ spät in der Serie überhaupt wieder passiert. Und da dachte ich so, ach so, ah ja, das konnte sie ja und so. Klar weiß man das noch, aber seine Storyline war schon sehr einnehmend, ist aber, glaube ich, auch dem geschuldet, dass sie natürlich auch so eng verknüpft ist mit Jen, ne. Also da taucht auf einmal jetzt irgendwie seine alte Frau auf und er ist aber in einer Beziehung mit Jen und ja, wie entwickelt sich das, was passieren da für Naida, für wen wird sich da wie entschieden? Das heißt, man hatte da ja schon auch immer so eine Connection zu Jen, aber diese, ja, eigentliche Suche nach ihrer Superkraft war da in dem Moment natürlich ausgeblendet, ja. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich ein Meckern auf hohem Niveau. Ich finde, dass keine dieser Storylines wirklich schwach ist. Die machen alle Spaß, die sind alle interessant, die haben alle ihre eigenen echt netten und guten Ideen und bauen dieses Universum auch wirklich sehr schön aus. Ich würde mir sehr wünschen aber zwei Sachen. Erstens, dass die dritte Staffel kommt, weil es muss weitergehen, bitte, ja. Und zweitens, wenn ihr diese dritte Staffel macht, bitte, ich bitte euch inständig, wenn ich auch nur annähernd höre, dass da ja irgendwas kommt, von wegen Multiversum, dann werde ich sauer. Ich habe keinen Bock mehr auf Multiversen. Bitte lasst es sein. Danke. Oder es wird auch wieder ein ganz unklassisches Multiversum und wir finden es alle geil, aber nee, da wäre ich erstmal bei dir, ja. Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Hast du noch irgendwas außer deinem Fazit, was du zur zweiten Staffel Extraordinary loswerden möchtest? Nee, ich glaube, wir haben über alles gesprochen, was ich so habe, ja. Gut, dann ist jetzt Fazitzeit und fang du mal an. Ich würde sagen, wie du schon gesagt hast, es ist eine tolle neue Staffel. Man muss die erste Staffel gesehen haben, also es macht keinen Sinn, da jetzt einzusteigen. Die zweite Staffel geht ja auch direkt am nächsten Morgen los vom Ende der Nacht in der ersten Staffel. Also da muss man schon die erste Staffel geguckt haben. Man bekommt ziemlich genau, was man in der ersten Staffel schon gefunden hat. Und ich kann es wirklich einfach nur jedem erraten, da mal reinzuschauen. Es ist eine sehr erfrischende, humorige, aber auch ein bisschen traurige natürlich Serie. Es geht um Superkräfte und wie sie irgendwie in einer Coming-of-Age-Story eingebettet werden in einem ganz normalen Alltag. Wir sehen junge Erwachsene, die über die üblichen Relatable-Probleme auch reden, unterhalten und sich da irgendwie durch ihr Leben kämpfen müssen. Und ich hatte sehr viel Spaß. Es ist eine sehr kurzweilige Serie, die gerne hätte länger sein dürfen. Ich glaube, mein größter Kritikpunkt an der zweiten Staffel ist ein Kritikpunkt, da kann die zweite Staffel gar nichts für. Und zwar, sie wirkt halt einfach nicht mehr so erfrischend wie die erste. Weil bei der ersten hatte ich keine Erwartung, außer, das sind Superkräfte, es interessiert mich nicht. Und wurde halt komplett vom Gegenteil überzeugt und es hat mir bewiesen, was man noch mit dieser Thematik Superkräfte alles anfangen kann. Und weil du die erste Staffel schon dreimal gesehen hast. Und weil ich die erste schon dreimal gesehen habe, genau. Sorry. Aber es klang jetzt gerade eben ein bisschen negativ. Ich finde schon, dass die zweite Staffel, falls ich ihn erst einmal jetzt gesehen habe, nicht ganz an die erste ran reicht. Aber die ist trotzdem super. Die hat Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich, die jetzt zum zweiten Mal zu gucken, wenn sie dann am 6. März offiziell bei Disney Plus erscheint. Übrigens danke für die Vorab-Screener. Und alles, was Manu gesagt hat, kann ich so auch nur unterschreiben. Es ist eine ganz, ganz tolle, tolle Serie. Ich hoffe sehr, dass es so ein bisschen jetzt ist wie bei The Bear, die in Deutschland in der ersten Staffel noch so ein bisschen, ja. Und dann, als die zweite kam, wurde sie dann so richtig flächendeckend entdeckt. Ich hoffe, das passiert mit Extraordinary auch. Nicht unbedingt, weil ich will, dass mehr Leute mit mir über die Serie reden, sondern weil ich will, dass eine dritte Staffel kommt. Das ist der einzige Grund. Und natürlich, weil wir ja auch ganz uneigennützig wollen, dass alle Leute einfach was Gutes zu schauen haben und Spaß haben. Nee, das ist mir relativ egal. Nee, das spielt keine Rolle. Was interessieren mich die Leute? Nee, das natürlich. Hauptsache dritte Staffel. Hauptsache dritte Staffel, ja. Wie gesagt, tolles Ding, bleibt toll, war toll, wird hoffentlich toll weitergeführt. Das wissen wir aktuell noch nicht. Ähm, aber definitiv eine Sichtung wert, auch gerne zum zweiten oder zum dritten Mal. Äh, jetzt werde ich meine nächste Superkraft verwenden, nämlich die Superkraft, ja, Dinge abzumoderieren. Und das tue ich mit den typischen Worten, ihr findet den Tele-Stammtisch überall dort, wo es Likes und Podcasts gibt. Ihr könnt uns dort auch gerne eine Bewertung da lassen. Positiv natürlich immer lieber als negativ, das wissen wir alle. Äh, auch Kommentare gerne. Habt ihr die Staffel jetzt gesehen? Habt ihr die erste Staffel vielleicht schon gesehen und wollt dazu was loswerden? Oder findet ihr einfach Manuel süß und wollt seine private Nummer haben? Kriegen wir alles hin, können wir alles machen, gar kein Problem. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-Stammtisch.de. Da sind alle Leute willkommen, egal ob Superkräfte oder nicht. Ähm, ich sage auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Extraordinary Staffel 2 ab dem 6. März auf Disney Plus exklusiv. Ich sage tschüss und Manuel, dir gebe das letzte Wort. Es hat mal wieder eine große Freude gemacht. Äh, ich sage auch tschüss, bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.